so eine schöne gerade leitung und das ding will noch strom 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 ok der hier macht 160.000 hiervon habe ich zwei die machen 240.000 also setze ich gleich nochmal einen daneben verbinde den und kann dafür diese beiden hier weg machen schön zur freude des tages kann ich gleich nochmal das hier machen und das abreißen ok so langsam aber sicher wachsen jetzt auch die hochhäuser und hier unten noch unser kleines finanzinformatik viertel oder wie man es nennen möchte das gebiet hier bekommt vielleicht auch noch mal einen direkten autobahnzubringer gleich nochmal so eine schöne dicke straße so einmal bis sagen wir mal bis hier nach oben gerade drüber so 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 und so nochmal als neuen anschlusspunkt für alle die die jetzt nicht unbedingt oben rum müssen ein gebäude ist abgebrannt sieht's denn grad ich will gar nicht gucken gefahr hoch bei einem kleinen feuerwehrhaus überrascht mich das nicht mal ganz kurz gucken wie es gerade so in verwendung ist feuerwehrhaus wo warst du gleich war es doch so ein gebäude mit so einem kleinen glänzenden dach dachte ich ja sechs von sechs in verwendung sechs fahrzeuge ist auch nicht viel ich verrück den mal den verrück ich mal hier oben neben dem park da kann sich um das kleine gebiet kümmern hier sind jetzt alle extrem traurig kann ich verstehen aber dafür kommt jetzt hier ein großes feuerwehrhaus hin mit 25 fahrzeugen schon mal das erste und so eins kommt auch noch mal hier drüben in die industrie so damit ist die volle gefahr schon mal um 30 prozent runter genau züge haben da unten also sind wir da momentan noch gar nicht in reichweite gut das ist dann erstmal so bauen sie mehr industriegebiete da bin ich gerade dabei du älmel stammt so und neues gebäude das ist das wenn man sich so viel aus dem steam workshop runter holt immer wenn man ach man das ist denn heute los immer wenn man was neues anfängt dann ploppen die ganzen meldungen auf so war doch richtig so und so da haben wir jetzt wieder ganz viel platz für neue industrie will nur noch mal mit wasser versorgt werden will nur noch mal mit wasser versorgt werden so so ich hoffe die freuen sich darüber es würde mich auf jeden fall sehr freuen so ich denke jetzt können wir auch schon mal bisschen mit unserer u-bahn weitermachen wir haben ja noch ein bisschen kohle so die erste strecke hier ran und da hätte ich gerne hier eine station sagen wir mal hier in der mitte und hier lassen wir mal noch platz für einen zug so ich so ich so ich 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 mache erst mal hier eine station hin einmal zweimal machen wir gleich hier nochmal eine hin so und da hätte ich dann gesagt hier oben eine oh die dinger sind teuer hier eine und hier würde ich auch gerne eine hin machen sofern es mir gleich gestattet wird zwecks geldes läuft unser kredit noch halt kredit zahlen u-bahn letzte haltestelle erst mal hier so 2700 6600 3600 achso wegen dem hier genau das sind dann solche sachen wo man jetzt auch schauen muss dass hier nichts im weg ist ja hier ist dann auch das problem gefälle zu steil daraus wird nichts oh es gibt probleme mit dem abwasser ich schaue mir das gleich an ich möchte erst mal ganz kurz die u-bahn fertig machen ok genau und hier da müssen wir jetzt auch nochmal schauen die brauchen alle strom weil wir an sich zu wenig strom haben stimmt's stimmt verdammt ich muss grad schon wieder einen kredit aufnehmen ich hätte mit meiner u-bahn nicht ganz so schnell machen sollen so strom so strom 40 mw ja reicht das mal so dann wandert der strom jetzt dort hinter statt braucht mehr wasser es kommt grad wieder alles auf einmal 2500 geht zum glück noch so jetzt ist auch erstmal wieder wasser gedeckt ich will mich doch einfach nur ein bisschen um den nachverkehr kümmern ok eine linie fährt so eine fährt das alles ab und eine dritte fährt hier oben lang so 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 hier oben gibt's gerade noch ganz schöne wellen jetzt stört sich's auf der anderen seite ja weil hier alle auch in das gebiet rein wollen brauchen wir einfach später noch eine abfahrt und jetzt brauchen wir erstmal noch mehr industrie die leute sind ja gerade zu also die leute wollen ja gerade alle arbeiten ganz eindeutig so bauen wir hier mal große straße nach oben und dann lassen wir hier nochmal eine neue abfahrt oder bauen wir jetzt nochmal eine neue abfahrt schauen wir mal so so dann mal so und dann wieder so auf der anderen seite so und so und so bauen wir jetzt hier nochmal so eine kurve wie auf der anderen seite auf hoch und so und so nochmal für die autos vielleicht auch nochmal in die andere richtung wenden möchten dann falls 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 so mühlberge mühlberge die Ampel muss weg ich hatte vor es war richtig ich habe es richtig weg 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 hä häя ueäääääää Wir haben es jetzt gerade halb vier, okay. 24, schauen wir mal kurz drüben. Hier sind es ein paar Leute und oben bestimmt auch nicht. Oh, hier oben doch sind es viele. Gut, ich würde sagen, ich speichere jetzt an der Stelle auf jeden Fall mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch erst in der nächsten Folge wieder. Aber ich wundere es gerade mit dem Müll. Ich habe doch hier auch nochmal zwei hingebaut. Wie sieht es denn bei denen gerade aus? Geht eigentlich. Haben die die Reichweite nochmal verändert oder noch irgendwas anderes neu gemacht? Das wundert mich nämlich gerade ein bisschen. Das müssen wir in der nächsten Folge nochmal klären. Und dann möchte ich auch gerne noch ein paar Bahnhöfe bauen und so noch ein bisschen weiterkommen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon 20.000 Menschen. Das läuft ja schon ganz gut. Und ich mag hier die Ecke, die gefällt mir. Die sieht schön aus. Gut, ich würde wie gesagt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank beim Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.